Heute werden wir mal Little Legends spielen. Ich habe es vor Ewigkeiten mal gebracht. Das Spiel macht mir in der letzten Zeit sehr viel Spaß. Ich gehe mit oder da haben wir auch schon mit. Ich nehme Replace, Wanne, Akali, Wanne ich. Und bestätigen. So, als Erz mal die noch gegen die. Damit können wir uns dann wieder gut finden. Wir werden mal drücken. So, da wo wir wieder angefangen haben. So, wenn ich mich hier durch die Wand einleiten. Und wenn ich dann nochmal drücke. Es ist ein Countdown. Und wenn ich das drücke. Dann fieh ich mich zurück. So. So. Ich habe noch keinen Druck. Aber jetzt. So, die Reben wieder. Ah, das war's für mich. Ah, shit. Ah, und es ist auch richtig schwer mit der zu farmen. Das ist echt. Not-spick-spiel. Nice. Ganz schnell, und jetzt meine R ist das, egal welche Sache ich vorher eingesetzt habe, zu meinen Attacken, die dann genau nochmal einsetze, nur dass sie weniger kosten. Ich muss sagen, ich spiele hier richtig schlecht. Ich habe auch null Mana aber. Ach nee, ich habe meine... Es war zu früh. Es war zu früh. Ich hätte meine IQ noch drauf haben sollen vorher. Komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ach. Los komm, der ist tot. Och nee. Nee. Nicht 200. Weiß. Nice. Ich dachte. Nice. Nice. Ich wollte eine Hilfe hier. Nice. Ich will jetzt hinter der Wand stehen. Ah. Ich kann doch was machen. Oh. Oha. Ich habe ganz knapp überlebt. Das wäre jetzt noch... Das wäre jetzt noch... Das wäre jetzt in der Ulti rausgehauen. Also... Wir können dann Backboard durchgleich. Ich hoffe, der Spiele-Sound ist nicht zu laut. Ich würde mir eigentlich noch Backboard... Also... Zurück mit einem W. Ist ne Falle, das ist ne Falle, oder? Ist doch riesig ne Falle. Jetzt kann mir keiner abzählen. Ist ne Falle. Es war ne Falle und ist ne Falle. Es war und ist ne Falle. Nein, nein, nein! Ist gehalten? Okay. Wir hätten sie bekommen. Vielleicht. Ich habe keinen Bock jetzt auf den... ...Spot... ...Kram. Wenn unser... ...Wenn unser... ...Jungler weg ist. ...Nice. Das kommt. Kriegen wir. Ich denke, für ihn aufgemacht. Okay. Hier sind keine mehr. Da. Da sind sie. So. Genau. Da sind sie. Jetzt sind wir aus der Gefahrzone wieder raus. Ich kann da nichts machen. Los. Zieh den. Gehen. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Es ist ne Falle bestimmt. Ja. Ja. Ich komme. Da. Zurück noch mal. Jetzt fallen. Da. 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 Da der. Ich kann nichts machen. Das geht nicht. Das krieg nicht hin. Ja. Ich komme. Ja wir müssen aufgeben, das kriegen wir nicht mehr Los komm, such Okay das wars Und das wars was fürs Video Wenn das Gameplay gefallen hat könnt ihr gerne ein Abo oder Like da lassen wenn ihr davon mehr sehen wollt Und tschau